Aufs Forb genau kommt er raus. Das klappt. So, wenn es jetzt aber brennt, was müssen wir machen? Wie Feuerwehr anrufen, da war das schon das gute Stichwort. Wir haben da natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Einen von Nikolaus Großweg. Welcher Hausnummer bitte? Ähm, die zwei. Nummer zwei. Ist das nur der Vorderhaus oder der Hinterhaus? Ähm, Hinterhaus. Welche Pfade? Die zweite. Welcher Name steht der Klinik an der Tür? Ähm, das weiß ich nicht. Wie lautet Ihre Rückmuchnummer? 0172777. Was ist vorgefallen? Sagen Sie mir, dass noch was passiert ist. Also, ich bin hier langgelaufen und habe einen Mann aus dem Fenster gesehen. Also, er stand vor dem Fenster. Und es kamen Flammen. Oh, Flammen? Also brennend es dort, ja? Ja. Ähm, bist du denn in Sicherheit und außer Gefahr? Ähm, ja. Wo bist du denn jetzt? Ich stehe vor dem Haus. Kannst du mir sagen, ob alle Personen in Sicherheit und außer Gefahr sind? Nein. Also, da steht einer vor Fenstern und einer noch auf dem Dach. Eine Person am Fenster und einer auf dem Dach? Ich verstehe. Ähm, kannst du Flammen oder Lohn sehen oder beides? Ich sehe nur Rauch. Aha, was für ein Gebäude ist denn das dort? Ist das ein Wohngebäude? Ja, es ist ein Wohngebäude. Aha, kannst du mir sagen, wie viele Stunden sie angedacht sind oder Etagen? Fünf. Fünf Etagen? Aus welcher Etage bist du denn genau? Aus der zweiten. Aus der zweiten, okay. Kannst du mir sagen, ob jemand verletzt ist? Ähm, nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht, na, okay. Ich erinnere mich jetzt die Einsatzkosten, bleibe auf jeden Fall und ich sage dir genau, was du am nächsten zu tun kannst. Okay. Wenn irgendwie gefahrlos möglich, geh hin zu einem Erwachsenen und sagst ihm Bescheid, macht den auf dieses Feuerhofsatz ab, ja? Ja, ja. Dann soll der sich darum kümmern, dass keine weiteren Leute da irgendwie in die Nähe kommen. Die Feuerwehr ist unterwegs in dem Nikolaus-Gruß, die Nummer 2 in Charlottenburg. Feuerwehr kommt, ja? Ja. Das ist super, du hast. Kollegen sind gleich da. Sie haben gemerkt, das Notrufstelefonat dauert ein paar Sekunden. Wir müssen wirklich sicher gehen, dass wir zur richtigen Adresse fahren, dass wir auch die richtigen Fahrzeuge zu diesem Einsatz schicken. Und sobald das Notrufstelefonat dann alle wichtigen Informationen bekommen hat, werden auch sofort die Kräfte auf der Feuerwache alarmiert. Anlauf. Feuer, zwei Stapel. KF, Nikolaus-Grußweg. Nummer 2, Charlottenburg. RTW, zwei, mit. Druck, 72. Druck, 72. LH, F, A. Ein, in. Mit. Druck, 37. Druck, 52. Ein, in. Mit. Druck, 38. Druck, 53. BDK. Ein, in. Mit. Zu Druck, 51. BDK. So, unsere Kräfte sind schon alarmiert worden über die Feuerwache. Aber denken Sie dran, wir brauchen ein bisschen. Wir haben nicht so viel Personal, um bei Ihnen überall zu Hause mit einzugziehen, sondern unsere Feuerwachen sind ein paar Kilometer entfernt. Wir brauchen ein paar Minuten, bis wir bei Ihnen sind. Aber bitte versuchen Sie nicht, den Helden zu spielen. Rennen Sie nicht in die Wohnung rein, um noch irgendwelche Leute rauszuholen. Auch die Polizei hat die Anweisung, sich nicht selber in Gefahr zu begeben. Wir kommen, wir brauchen ein paar Minuten, aber wir haben die Notkünfte, die Schutzausrüstung dabei. Wir haben die Ausbildung, sodass unsere Kräfte auch wirklich die Leute rausholen und sich dann auch schnell um die Bahn beantworten. So, ich sehe unsere Einsatzkräfte schon. Unser Zugführer hier vorne zu erkennen an der roten Weste wird jetzt erstmal erkunden, wo es denn brennt. Die Rauchentwicklung aus dem Fenster ist noch nicht zu übersehen. Aber es geht jetzt natürlich darum, die Einsatzkräfte, die an der Einsatzstelle eingetroffen sind, so einzusetzen, dass wir mit wenig Personal so schnell wie möglich hier auch effektiv tätig werden können. Sie sehen hier vorne den Druck mit den gelben Flaschen mit dem Festluftatmer auf dem Rücken. Die werden jetzt, wenn sie dann die Schläuche auch mit Wasser gefüllt haben, dann auch das Wohngebäude betreten, um dann das Feuer schnell zu löschen. Der Rettungsdienst mit seinem Rettungswagen steht auch bereit, sodass, wenn hier Verletzte zu retten sind, zu versorgen sind, wir auch schon bereit stehen, um dieses Ganze zu tun. Die Ausbildung bei der Feuerwehr ist ja multifunktionell. Das bedeutet, unsere Einsatzkräfte arbeiten sowohl auf dem Mischfahrzeug als auch auf der Drehleiter, natürlich aber auch im Rettungsdienst. Unser Angriffsdienst ist jetzt schon im Gebäude. Der muss natürlich die Schläuche jetzt im Treppenhaus nach oben ziehen. Was alles in einer Schutzkleidung mit dem Pressluftatmer zusammen wie ungefähr 30 Kilo wiegt. Bei den Temperaturen, die wir heute haben, heißt das natürlich auch, dass das eine ganz körperlich anstrengende Klinikkeit ist. Ein Trupp steht hier vorne, haben die Verteiler bereit und sobald der Trupp dann auch vorne ist, so wie jetzt gerade passiert, das Wasser nach oben pumpt. Und die Kollegen, Sie sehen es, fangen gerade an zu löschen. Jetzt sollte der Rauch dann auch möglichst weniger werden. Der Angriffsdruck zeigt sich schon am Fenster, also die großen Flangen scheinen schon aus zu sein. Jetzt aber das große Problem, dadurch, dass wir die Tür zur Wohnung geöffnet haben, zieht natürlich auch der Rauch aus der Brandwohnung durchs Treppenhaus nach oben. Oben hat leider ein Mieter seine Wohnungstür geöffnet. Der Rauch ist zu ihm in die Wohnung reingezogen. Und jetzt haben wir das Problem, was wir leider auch sehr häufig an den Einsatzstellen haben. Die Mieter, die überhaupt nicht von dem Feuer gefährdet sind, öffnen in der Wohnungstür. Der Brandrauch, der sehr giftig ist, zieht auf einmal in eine völlig brandfreie und rauchfreie Wohnung. Und jetzt ruft da jemand auch noch um Hilfe. Das Feuer ist eigentlich schon gelöscht. Aber wir müssen jetzt auf einmal eine zweite Einsatzstelle aufbauen und hier noch Personen retten. Was alles nicht passieren würde, wenn derjenige seine Wohnungstür geschlossen gelassen hätte. Wir sagen immer so schön, wenn es in der eigenen Wohnung kommt und auch nur dann, dann muss man die Wohnung verlassen. Wenn man es außerhalb der eigenen Wohnung brennt, beim Nachbarn, im Teller, im Lachboden, selbst über mir oder unter mir, besteht gar keine Gefahr. Und ich muss auch nicht die Wohnung verlassen. Wirklich nur, wenn es in der eigenen Wohnung brennt, raus. Wenn es außerhalb der eigenen Wohnung brennt, bleiben sie in der Wohnung brennt. Ihnen passiert nichts. Lassen Sie aber natürlich auch die Wohnungstür zu, damit nicht so etwas passiert, was wir hier jetzt leben. Und wir sehen, dass, obwohl es, wie gesagt, in der Wohnung, in der Wohnung, wo der Schoss gar nicht gebrannt hat, jetzt auf einmal eine Person sich meldet und die giftigen Rauchgase angeatmet hat. Hier die letzte Möglichkeit für die Feuerwehr. Ein Sprung in unser Sprungpolster hinein. Wir versuchen natürlich möglichst das Ganze zu vermeiden, weil ein Sprung auf solcher Höhe ist immer gefährlich. Er kann immer auch zu Verletzungen führen. Deshalb werden wir andere Alternativen bevorzugen. Entweder versuchen wir, die Leute dazu zu bewegen, in der Wohnung drin zu bleiben, wenn das gefahrlos geht. Sollte das aber nicht funktionieren, dann muss diese Person in Sicherheit gebracht werden. Das kann man entweder über eine Drelleiter machen, die wir ja auch zu dem Feuer mitführen. Das kann aber natürlich auch über das Treppenhaus passieren. Da wird der zu rettenden Person eine Maske über Mund und Nase gesetzt und wird von einem Feuerwehrmann oder natürlich einer Feuerwehrfrau dann auch durch ein verkleinendes Treppenhaus nach unten an die frische Luft geleitet. Die Person wurde ja schon aus dem Sprungpolster rausgerettet. Der Rettungsdienst war sofort zur Stelle, hat die Person aufgeladen. Wir laden die Person jetzt ein in unseren Rettungswagen, wo eine weitere medizinische Versorgung stattfindet. Und dann nach einer Stabilisierung vor Ort, wir denjenigen natürlich auch ins Krankenhaus bringen. Sie haben es wahrscheinlich da hinten aufgehört. Oben auf dem Dach meldet sich eine weitere Person, die Hilfe benötigt. Sie hat den schlechtesten Rettungsflieg überhaupt gewählt. Sie hat sich in einem Hochhaus nach oben gerettet. Wir wissen alle, heiße Luft zieht nach oben, haben wir alle damals im Physikunterricht gelernt. Sprich, wenn ich im Vottenhaus nach oben gehe, laufe ich mit dem Brandraum nach oben und atme am meisten Brandraum rein. Bleiben Sie in Ihrer Wohnung und dann kann Ihnen gar nichts passieren. Wir haben die Hilfe auf dem Dach gehört. Der Uendendame, ein Kollege der Feuerwehr, ist sofort in den Korb der Drehleiter hineingeklettert. Ein Zweiter steht unten am Ende der Drehleiter und überbracht die Maßnahme, den der Kollege dort oben aus dem Korb aus durchführt. Er wird jetzt sofort mit dem Korb nach oben eilen, um zu der Frau zu gelangen, um sie dann auch ins Teil zu bringen. Viele von Ihnen fragen sich wahrscheinlich auch, wie kriegen wir denn Leute aus jüngeren Häusern? Wir haben standardmäßig in Deutschland Drehleiter mit einer Rettungshühe von 23 Metern. Durch parkende Autos kommen wir ja gar nicht bis ans Gebäude ran. Also wir müssen eine Rettungshühe von 23 Metern erfüllen, wenn die Drehleiter 12 Meter vom Haus wegsteht. Das ist hier auch gegeben. Wir stehen weit genug vom Gebäude entfernt, weil da vorne sind wir ja selber auch noch parkende Autos stehen. Wir kommen also gar nicht viel bis da ran gefahren und können jetzt aber immer noch auf das Dach dieses Steigeturmes mit unserer Leiter. Dort werden wir den Korb absetzen. Der Feuerwehrmann wird auf das Dach des Hauses gehen, wird die Frau dort betreuen und dann auf die Leiter führen. Was passiert, wenn das Gebäude höher ist, als unsere Leiter langfängt? Dann ist der zweite Rettungsweg nicht mehr von der Feuerwehr vorzugeben, sondern durch die Bauordnung wird er dann anders geregelt. Was gibt denn Sicherheits-Viertelräume, wo also gar keine Wohnung von abgeht, wo gar keine Gefahr besteht, dass es in diesem Viertelraum brennt? Weil dort darf sowieso keine Brandlast vorhanden sein. Also weder Kleiderschränke noch Päppchen oder sonst was darf da gelagert werden. Auch der Müll hat da nichts zu suchen. Ein Treppenraum ist ein Fluchtweg und natürlich auch ein Angriffsweg für die Feuerwehr, der dringend freigehalten werden muss, damit sich ihre Rettungsmaßnahmen nicht verzogen werden. Die junge Dame ist jetzt in Begleitung eines Feuerwehrmanns. Wir fahren sie jetzt an den sicheren Boden nach unten. Und auch da steht schon wieder der Rettungsdienst bereit, um zu sehen, ob die Dame eine Menge von Rauchgasen eingearrtet hat, die vielleicht dazu führen, dass die Dame sowohl durch den Rettungsdienst hier vor Ort behandelt werden muss, als natürlich vielleicht auch später noch in einem Krankenhaus weiterbauen wird. Man hat es hier bei dieser Übung sehr, sehr gut immer wieder gesehen. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen waren komplett abgeschlossen. Das Feuer war aus. Es hat nicht weiter aus der Wohnung herausgeraucht. Trotzdem hat sich noch eine Gewinkelkonzentration von Brandrauch im Treppenraum gefunden. Und die Mieter, die gar nicht immer noch ihre Wohnungsküren ausreißen, sind dann einfach gefährdet. Eine Frau, wie gesagt, den schlechtesten Rettungsdienst nach oben aufs Fach gewählt. Aber auch die haben wir sicher nach unten an den Boden weitergekommen. Vielen Dank. Vielen Dank.